das ist keine finanzberatung nur meine persönliche meinung und nein ich bin kein anlageberater warum ist das so leise hier so ich werde heute jetzt zwei videos machen für youtube eins werde ich machen mit den news und eins mit euch natürlich dann zusammen wenn wir uns ein bisschen unterhalten so kann jeder dann einfach entscheiden auf youtube was ihm gefällt vielleicht guckt man sich beides an vielleicht auch nur eins muss jeder für sich entscheiden ich habe jemand gedacht ich mache das jetzt erst mal ein paar mal so schauen wir mal wie die resonanz so ist und aber ihr müsst euch keine sorgen machen jetzt hier auf twitch natürlich dass der stream deswegen unterbrochen wird der wird natürlich weiterlaufen wird ja auch nur zweimal klicken und dann geht es weiter so schauen wir mal auf dem markt ja wir waren einen guten aufwärtstrend wieder wir haben eigentlich schon über die 38.000 gehabt bei bitcoin sah eigentlich auch recht gut aus aber es kam leider eine negative nachricht für den ja für bitcoin also insgesamt für den ganzen markt nicht so verheerend natürlich aber trotzdem immer noch negativ repräsentiert euch heute natürlich auch dann natürlich noch ja ein bisschen was zur entwicklung von dem xp ledger oder eher von den partnern und die ist grandios grandios ich werde dazu natürlich auch noch ein paar worte dazu sagen und dann natürlich 48 billionen dollar für den markt vielleicht warten wir mal ab was das betrifft und natürlich noch eine schlechte nachricht ich zum beispiel habe vor zwei stunden versucht meine xp von korn mercy was ich euch ja gestern gezeigt habe zu transferieren funktioniert zurzeit nicht liegt aber nicht an korn mercy korn mercy arbeitet mit beinance und beinance ja fangen wir mal an beinance hat den rückzug von xp ausgeschaltet sprich man kann im moment bei beinance irgendwie keine xp versenden somit konnte ich auf meiner börse korn mercy auch keine meine coins eben halt runterholen ich probiere es natürlich spielt da wieder aber ich würde da jetzt nicht irgendwie großes drama draus machen wahrscheinlich haben den system upgrade oder sonst irgendeinen schmutz da im hintergrund am laufen das somit jetzt nicht funktioniert wer weiß woran es wirklich natürlich wenn wir unsere coins noch runter kriegen so etwas passiert immer und immer wieder auf börsen nicht nur bei beinance von daher da wäre ich ganz entspannt erst mal so die world bank erwägt die tokenisierung von schuldscheinen zur bereitstellung für mittel für schwellenländer über smart contract natürlich in der arbeit mit bis und snb ist natürlich die schweizer na kommt zeigt mir an die schweizer nationalbank was ich jetzt so geil finde ist natürlich die world bank hat natürlich kontakt auch zu rüppel technologie zu paypal wissen wir ja alle aber sie machen das mit der bis bis ist natürlich der chef der zentralbanken was mega geil ist und die aber natürlich auch mit rüppel zusammen bis arbeitet aber auch mit die auf ethereum basis muss man auch ganz klipp und klar sagen einige ihrer projekte weil rüppel noch nicht so weit war mit ihrer technologie haben sie natürlich ob ethereum basis erst mal angefangen ich kann mir nicht vorstellen dass natürlich ob ethereum basis laufen wird später sondern natürlich das kostengünstigste sicherste und dezentralste system was es überhaupt gibt für das finanzmarkt wird natürlich darüber laufen ich muss euch ja nicht sagen wer es ist also shiba inu ist ganz weit vorne wir wissen es ja nein es ist natürlich rüppel technologie leute es ist rüppel technologie was da darüber laufen wird nehmen wir mal einfach mal an aber es ist natürlich sehr heiß muss man ganz ehrlich sagen so das feintech maxi pay wird die enterprise payments plattform von rci worldwide nutzen rci worldwide ist ein geiler provider der natürlich mit rüppel partner hat den xrp ledger bei sich so gesehen auch integriert hat und das blockchain system auf gut deutsch ja bald sehr stark verwenden wird nutzt nutzen um iso 222 echtzeitzahlung und andere zahlungsdienste in mexiko bereitzustellen das rtp system wird voraussichtlich anfang 2024 in betrieb gehen ihr seht wieder 2024 es geht alles auf 2024 leute nicht nur der bullenmarkt nicht nur einige erwendung es wird auch 2024 natürlich der start von einem mega bullenmarkt wahrscheinlich sein warte mir aber mal jetzt aber mal zu der schlechten nachricht ss verschiebt nächste bitcoin etf schlechte news für bitcoin hält sich ja noch in grenzen also es ist jetzt nicht so der knaller wo man sagen müsste oh mein gott wir sind voll im arme die us-wertpapieraufsichtsbehörde ss verschiebt erneut die genehmigung zweier bitcoin spot etfs auf das jahr 2024 wieder 2024 gleichzeitig zeigt sich die behörde jedoch zunehmend offener für ein solches börsengehandeltes produkt so müssen sich hashtags und der milliardenschwere vermögensverwalter franklin templeton zumindest auf januar 2024 gedulden bevor die ssc ihre spot etfs genehmigt dafür zeigt sich die behörde diesmal wesentlich offener als zuvor und kündigte weitere entscheidungen entscheidende schritte an steht eine genehmigung unmittelbar bevor oder muss sich der bitcoin community noch gedulden muss sich die bitcoin community ich muss ganz ehrlich sagen es wird ja ganz stark vermutet angeblich sogar zu 90 prozent habe ich gehört dass der bitcoin spot etf von blackrock am 10 januar startet natürlich muss man ganz ehrlich sagen die ssc darf natürlich keine bevorzugen das würde sehr merkwürdig aussehen würde zwar eigentlich passen zur ssc aber wenn sie starten daten alle gleichzeitig um wettbewerbswidrigkeiten natürlich aus dem weg zu gehen und daher muss man jetzt einfach mal ein bisschen geduldig bleiben noch aber ich denke januar wird ein heißes pflaster wann kommt der spot etf für die usa die nächste deadline für beide bitcoin spot etfs ist der erste januar ja 23 bestimmt nicht also 24 soll es heißen sieht ja auch gleich in der liste wie folgende grafik zeigt gefolgt vom 31 märz märz 24 die finale deadline wäre dann am 30 mai 24 deshalb könnten sich die genehmigungen also in abhängigkeit von der befragung noch mehrere monate hinauszögern das denke ich leider nicht aber ihr seht es erst ne moment da erste erster 24 von daher aber ich denke es werden alle hier natürlich mit blackrock zusammen dann gleichzeitig beigegeben und daher muss einfach geduldig bleiben na es wird auf jeden fall kommen da mache ich mir gar keine sorgen aber es wird alles auf 24 verschoben vielleicht machen sie sogar auf wer weiß vielleicht finden sie noch irgendwie eine lösung den blackrock etf ein bisschen hinaus zu zögern erst nach dem bitcoin halbieren das würde natürlich mega schub nach tödlich geben und das würde auch hundertprozentig in meinen augen dann den bullenmarkt voll auslösen so jetzt noch eine kleine ja das ist ein bisschen verwirrend ne xrp bereitet sich jetzt auf ein riesiges multi billionen erdbeben an der wall street for forbes es ist ein bisschen sehr schlecht geschrieben der text jetzt nicht grammatik oder so sondern ganz einfach xrp nein wenn bereitet sich der markt natürlich wo xrp weil er unter den top 10 ist natürlich auch darauf vor was man genau meint ist nämlich das hier in einem kürzlich veröffentlichen forbes veröffentlichung des forbes mitarbeiter billy benbrück heißt es dass sich der kryptomarkt auf ein seismisches ereignis vorbereitet bei dem digitale vermögenswerte wie xrp und bitcoin im mittelpunkt der auswirkung stehen naja ich würde auch noch ethereum dazu nehmen ich würde einfach sagen die top 10 auf jeden fall ganz ehrlich aber gut ja da spricht er nur darüber 48,3 billionen us dollar überschwemmung in xrp bitcoin und ethereum und 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 laut der offenlegung wird erwartet dass dieser krypto anstieg nach der genehmigung des mit spannung erwarteten börsen gehandelten bitcoins spot etfs erfolgen wird farley bemerkte in bezug auf bitcoin etf mit einem bitcoin etf wird geld in die branche fließen es ist einfach zu kaufen die menschen glauben an bitcoin bitcoin ist eine großartige erfindung es ist ein wert auf bewahrungsmittel ich weiß jetzt bitte alle bitcoin maxis mit weg hören aber es ist wirklich so es ist ein super wert speicher wert auf bewahrungsmittel aber es ist keine währung leute bitte hört auf hört doch einfach auf immer zu sagen es wird die neue welt währung wer daran immer noch glaubt nach 13 jahren es tut mir leid was sich nach 13 jahren nicht durchgesetzt wird sich immer noch nicht durchsetzen auch wenn die cbdc sehr schlechten ruf haben aber bitcoin wird niemals die cbdc ersetzen auch wenn die leute jetzt mehr in die kryptowelt investieren weil sie schiss haben vor den cbdc ist alles verständlich aber nein es wird niemals eine weltwährung seid doch froh dass es wenigstens anerkannt wird als wertspeicher als wert aufbewahrungsmittel als geile anlageklasse sage ich selber aber es wird niemals eine weltwährung es wird nie kommen niemals von daher darum geht es dass dann so viel kohle natürlich dann in den markt kommen könnte das heißt nicht es muss darüber noch zitierte der coinbase forscher die prognostizieren dass der bevorstehende bitcoin etf boom den weg für die 48,3 billionen us-dollar schwere us-vermögensverwaltungsbranche ebnen könnte um maßenhaft in den kryptomarkt einzusteigen man muss sich mal vorstellen wenn jetzt wirklich nehmen wir mal an dass wirklich 48 3,3 billionen dollar in den bitcoin markt fließen wird da haben wir mal alleine nur 20 billionen wir hatten das letzte mal 3,84 billionen dollar marktkapitalisierung beim letzten bullenmarkt kritze und ihr wisst was für kurse wir da hatten jetzt stellt euch mal vor es sind das alleine nur 20 billionen die da reinkommen das wird riesen riesen schwung bei jedem kurs geben aber nicht desto trotz das sind auch erst wunschträume wir müssen erstmal abwarten ob wirklich was kommt muss man auch ganz klipp und klar sagen man kann nicht von einfach jetzt sagen oh ja geil da kommen jetzt über 40 billionen dollar rein so leicht ist es leider nicht so leicht ist es nicht ich möchte mich natürlich noch bei xrp die das standard krioronite bedanken er hat mir einige berichte gezeigt und ich war einfach geflasht heute von ihm er hat mir wirklich geiles zeug gezeigt ich danke dir dafür natürlich und von daher so das war es auch schon von mir ich mache jetzt die aufnahme natürlich ich bedanke mich bei jedem der auf youtube das sich später anguckt und vielleicht gefällt es euch ja bis dahin sage ich für euch auf wiedersehen ich mache mich bei jedem